Warum Atomphysik oder Kernphysik Spaß macht? Stellt euch vor, ihr habt den Film vielleicht mal gesehen, Men in Black. Ich glaube, der zweite Teil war das. Da war das so schön dargestellt, wie in dieser kleinen, kleinen Brosche. Wenn man da genau rauf geguckt hat mit einer Lupe oder wie auch immer, sich ein riesiges Universum verbarg. Das ist tatsächlich so. Also, das, was im Kleinen stattfindet, findet im Großen scheinbar auch statt. Alles dreht sich umeinander. Alles hat irgendwelche Zentren, Kerne oder was auch immer. Und selbst in diesen Kernen wird es immer noch sichtbar sein, dass auch diese Kerne aus mehreren Elementen bestehen. Protonen, Neutronen, die sich dann wieder aufteilen und so weiter und so fort. Wir beschäftigen uns damit. Am besten ihr schaut jetzt hier auf das I oder was auch immer, wenn hier oben links erscheinen. Deswegen habe ich das so ein bisschen abgedunkelt, den Rahmen. Und zum Schluss, und deswegen rede ich jetzt auch noch so viel, werden hier dann überall noch Links zu den einzelnen Themen und zu den Playlists und so weiter erscheinen. Deswegen habe ich dieses kleine Video nur gemacht. Mehr ist der Zweck gar nicht, aber es hilft beim Verstehen, wie dieser Kanal funktioniert. Ich habe versucht jetzt in letzter Zeit, das ein bisschen besser zu ordnen. Gut, ich wünsche viel Freude beim Verstehen. Gut, ich wünsche viel Freude beim Verstehen.